So und herzlich willkommen hier auf dem German United Channel. Mein Name ist Polak Onelak, aka CaptainXCrank und meine heutige Aufgabe ist so heute den Captain Clan ein bisschen so fortzuführen, wer wir sind und es ist halt praktisch so ich setze mich dafür ein, dass ihr uns ein bisschen näher kommt und uns kennenlernt, wisst ihr Jungs? Okay, das klang jetzt ein bisschen schwul, aber ja, also, im Hintergrund seht ihr erstmal irgendein Francis Gameplay Okay, ja, ihr werdet mein Gameplay natürlich sehen, ist zwar kein Beast Gameplay, aber scheiß drauf Jungs Es ist eine 70er Gunstreak auf Slums, Multitipstellung ist mit CaptainXSmoke gespielt, wie so gut jedes Gameplay von mir weil ihr müsst wissen, CaptainXSmoke ist quasi mein Bro und ja, das soll aber eigentlich nicht das Thema sein, Mann Ich komme immer vom scheiß Thema ab, ich weiß nicht wieso, ja, also, wir sind der CaptainXClan, sind zur Zeit so circa 20 Member, denke ich mal Wir haben bis jetzt nicht so regelmäßig alles abgeloadet, weil, also, es war so, CaptainXBricks hat die Videos immer geschnitten Er hat die, äh, hochgeladen und hat sie auch aufgenommen So, sein Elgato ist kaputt gegangen und zu der Zeit ist auch mein Laptop kaputt gegangen Ich hab den jetzt in letzter Zeit neu aufgesetzt, bzw. der war voller Viren Nein, Jungs, ich hab keine Pornos geguckt auf dem Laptop Ähm, der war einfach so voller Viren, ich musste den neu aufsetzen und jetzt geht mein Laptop wieder Das heißt, jetzt werden häufiger Videos auf dem CaptainXClan schnell kommen Und, ja, also, es tut uns recht leid, dass keine Videos kamen Aber das wird sich in nächster Zeit ändern Ähm, ja, wir laden so Double Nuclears Manchmal auch, wenn wir eine haben, eine Triple Nuclear oder 100 Plus Highscore Gameplays Dies, das, Mann Eigentlich haben wir recht viel Abwechslung auf unserem Kanal Und, ähm, ja, achso Bei uns im Clan ist es so Ihr kommt, wenn ihr in den Clan reinkommt, kommt ihr eigentlich nur hauptsächlich rein Wenn ihr echt korrekt seid Wenn ihr Gameplays habt, ähm, aber halt ein richtig arroganter Spaß seid Dann kommt ihr bei uns erst gar nicht rein und müsst euch auch gar nicht melden Weil wir achten richtig auf Team Chemie, Alter Wir, wir sind alle so gut, keine Ahnung, wir sind quasi schon alle Bros Okay, klar gibt's immer ein paar Ausnahmen, aber die will ich jetzt nicht sagen hier Aber, trotzdem, irgendwie kommen wir alle miteinander ganz gut klar Und, es bringt uns einfach null, wenn jemand irgendein arroganter Typ Bei uns sich, äh, einfach bewerbt, äh, bewerbt man Was lobo ich, ey, ich scha Jungs, Mann, ich bin schon wieder so aufgeregt, Alter Weil Konga hat mich heute angeschrieben Einfach so, ja, kannst du ein Commentary machen, so vom CaptainX lernen Und dann hab ich halt schnell mein Laptop ausgepackt Und hab's schnell gemacht Beziehungsweise bin grad dabei, Jungs Ich hoffe, es wird gut Ja, also Bei uns kommt man nur rein, wenn man echt korrekt ist Und, äh, klar wird Konga jetzt sagen Äh, ihr seid alle dumm Kleiner Spaß, Mann Äh, ja, okay Ich sollte jetzt einfach meine Fresse halten Und mich verabschieden Denn das war's eigentlich auch Das Commentary, beziehungsweise das Gameplay Wird auch jetzt zu Ende sein gleich Ach ja, ich erzähl nur noch kurz schnell Wie wir German United gejoined sind Und zwar Konga hat eine Gruppe gemacht Und dann hat er halt unseren Leader Einfach, also eine WhatsApp-Gruppe Und hat unseren Leader Einfach reingepackt Und dann waren wir halt drin Und es ist echt eine richtig geile Aktion, Jungs Wir würden uns echt freuen, wenn ihr uns supporten würdet Und ich glaub, da rede ich in Äh, in dem Namen von jedem Clan Der German United beigetreten ist Also supportet uns Gibt uns Feedback Äh, macht dies, macht das Ihr könnt auch auf unserem Channel vorbeischauen Captain X, ähm, wird unten verlinkt sein Und ja, das sollte es gewesen sein Haut da rein, Jungs Bis zum nächsten Mal Und Ciao Ciao